Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Giagulan, botanisch bekannt als Gynostema pentaphyllum, ist in China auch als Unsterblichkeitskraut bekannt. Giagulan enthält eine Vielzahl von bioaktiven Verbindungen, die dem Körper zahlreiche gesundheitliche Vorteile bieten. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften von Giagulan ist seine Fähigkeit, das Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Giagulan kann den Organismus auf verschiedene Weisen beeinflussen. Zum einen hat es eine antioxidative Wirkung, die dazu beiträgt, schädliche freie Radikale im Körper zu neutralisieren und somit das Risiko für chronische Krankheiten wie Krebs- und Herzkrankheiten zu verringern. Darüber hinaus kann Giagulan auch den Stoffwechsel und die Energieproduktion im Körper unterstützen. Es kann den Blutzuckerspiegel regulieren, den Cholesterinspiegel senken und die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems verbessern. Eine weitere bemerkenswerte Wirkung von Giagulan ist seine immunmodulatorische Eigenschaft. Giagulan kann das Immunsystem stärken und die Aktivität der Immunzellen verbessern, was zur Vorbeugung und Bekämpfung von Infektionen beitragen kann. Neben diesen allgemeinen gesundheitlichen Vorteilen gibt es auch spezifische Anwendungsbereiche für Giagulan. Zum Beispiel kann es bei der Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems hilfreich sein, indem es den Blutdruck reguliert und die Durchblutung fördert. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Giagulan auch positive Auswirkungen auf den Stoffwechsel und die Gewichtsregulierung haben kann. Es kann den Appetit kontrollieren, den Fettstoffwechsel verbessern und somit bei der Gewichtsabnahme unterstützen. Bitte beachte, dass Giagulan nicht für jeden geeignet ist. Schwangere, stillende Frauen und Menschen mit bestimmten Erkrankungen sollten vor der Einnahme von Giagulan einen Arzt oder Naturheilpraktiker konsultieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Giagulan eine faszinierende Pflanze mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen ist. Es kann antioxidative, immunmodulatorische und stoffwechselunterstützende Wirkungen haben und spezifische gesundheitliche Probleme verbessern. Wenn Sie mehr über Giagulan erfahren möchten, empfehlen wir, sich zum Beispiel von einem fachkundigen Naturheilpraktiker beraten zu lassen. Wir hoffen, dass Sie nun ein besseres Verständnis für die Wirkung von Giagulan haben und wie es Ihnen helfen kann, ein gesünderes und vitaleres Leben zu führen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, wenn Ihnen das heutige Video gefallen hat. So verpassen Sie zukünftig keine hilfreichen Tipps rund um die ganzheitliche Gesundheit. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, zögern Sie bitte nicht und hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Gute Besserung und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!